Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Sie wissen doch, dass ich nicht gestört werden will, während ich arbeite. An Heiligabend, so heißt es, strömen die Geister in die Nacht hinaus. Also wirklich, Mr. Dickens, Taschendiebe, Straßmädchen. Humbug. Solche Kreaturen haben in Büchern nichts zu suchen. Schatz! Humbug! 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 Es geht um einen Geizhals. Und Heiligabend trifft er auf so etwas wie übernatürliche Figuren. Hat es auch einen Titel? Humbug. Das Klagelied eines Geizkragens. Weihnachtsgeistergeschichte, Weihnachtslegende, Weihnachtsballade, irgend sowas. Der Name muss stimmen, dann kommt die Figur schon zum Vorschein. Scratch! Scruncher! Komm raus! Scrooge! Schließen Sie das Fenster! Glauben Sie, ich hab Geld zu verschenken! Mr. Scrooge! Wie überaus erquicklich, Sie kennenzulernen, Sir! Das Kompliment kann ich nicht erwidern. Wir beide werden zusammen wunderbare Dinge erschaffen. Oh Gott! Eine Welt so zum Leben zu erwecken. Ich konnte die Leute fast sehen und hören, wissen Sie? Selbst wenn Sie es schon geschrieben hätten, wir würden es nie gedruckt in die Leben kriegen. In nur sechs Wochen. Wenn ich das Buch nicht beende, werde ich nie wieder schreiben. Die Figuren tun einfach nicht, was ich will. Ich bin hier der Autor. Ja, angeblich. Einen fröhlichen Geist? Was soll das bedeuten? In der Jahreszeit der Hoffnung werden wir niemanden ausschließen. Ein jeder wird willkommen sein. Ich muss das bis neun in die Druckerei bringen. Aber dann haben Sie immer noch keinen Schluss. Ich wünsche allen miteinander ein fröhliches Weihnachtsfest. Das reicht. Zurück an die Arbeit. Gott segne einen jeden von uns. Ich bin hier drei Himmel.